Pamelas Gebäudereinigungsteam sorgt für Sie für Sauberkeit und Ordnung. Dabei spielt es für uns keine Rolle, ob es sich um private, gewerbliche oder öffentliche Räumlichkeiten handelt. Unsere Mitarbeiter rund um Inhaberin Pamela Christova richten sich nach ihren Wünschen und erledigen alles zur vollen Zufriedenheit. Wenn Sie außerdem nach schneller Hilfe für Haushaltsauflösungen suchen, können Sie sich ebenfalls an unser Team wenden. Kontaktieren Sie uns!